Hallo liebe Crossfit Community, heute das Endurance Workout. Wir starten in der Aktivierung mit 2 Runden von 3 Dr. Cobra, 6 Perfect Stretch Poseidon, 9 Inch Worms und 12 Slow Air Squats. Bis zum nächsten Mal. Dann haben wir heute im Workout ein 30-minütiges M-Rip und zwar aus folgenden Übungen. 10 Air Squats, 10 Push-Ups, 10 Jumping Squats, 10 Dips und 10 Jumping Larges. Bei den Dips nehmen wir am besten 2 Stühle oder eine Bank. Und dazu kommt noch, dass wir in jeder Runde eine Wiederholung dazu machen. Heißt, ab der zweiten Runde machen wir 11 Squats, 11 Push-Ups in der dritten, 12 und in der vierten 13. Das war's. Das war's. Das war's. chapter 1 page bis zum nächsten Mal. Habt viel Spaß!